Zwei bis drei an einem Stil. Ja, und sogar Korbweis am Baum reifen jetzt bei der Krise. Mit rund einer Woche Verspätung hat es grosse Pflücken in der Nordwestschweiz angefangen. Dieses Jahr erwartet man eine mittlere Ernte. Vor allem die Aussichten für die frühen Sorten sind gut. Die Krise-Ernte ist besonders arbeitsintensiv. Nach dem Pflücken kommt nämlich noch das Sortieren. Und während der nächsten fünf Wochen gibt es alle Händen voll zu tun. GOP hilft mit über 1300 Verkaufsstellen, den süsses Sagen unter die Leute zu bringen. Und was heute geerntet wird, können Sie schon morgen zu Hause geniessen. Und jetzt beachten Sie bitte noch die Sonderangebote dieser Woche. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP zwei Nachfüllbeutel in Karom statt 11,60 nur 69. Gewebeveredler Quanto-Konzentrat statt 4,80 nur 73. Vollwäschmittel Omo statt 18,50 nur 15,50. Zwei Flaschen Timotei Shampoo statt 6,80 nur 55. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, ausländische Pfirsich das Kilo 1,60. Ein Butterzopf statt 280 nur 230. Auf Wiedersehen! 2 That Left 2 3 2 3